mit drei netten Leuten der Among Us, Highland Sieg los geht's in die nächste Runde und in die erste für euch jetzt nicht mehr ich nicht ok ich geh mich mal verstecken ja schau an den Mörder du musst stehen bleiben ich bin kein Mörder na an den Mörder ja der Mörder muss man sagen wer der Mörder ist ich hab kein gutes Versteck ich hab gar kein gutes Versteck ich hab noch gar kein Versteck ich hab noch kein Versteck ich hab noch kein Versteck also mal abgesehen davon dass ich kein Versteck hab finde ich's gut nein Spaß ich weiß halt überhaupt nicht wo ich mich verstecken soll ja ich auch nicht ich hab's perfekt ich hab's ich hab's auch ich hab nicht er steht auf meinem hat aber krass sind alle Krumel versteckt nein da wollte ich mich verstecken sind alle Krumel versteckt nein geh zu einem anderen nein spülen sagt einfach Bescheid weil ihr beiden wer dir versteckt seid ok also ich bin versteckt ich auch ok dann schat jetzt den Timer aus geht's ich hab's ich hab's Mörder am Mörder am Mörder am Mörder und Lenny ist es da wahrscheinlich ähm am Mörder am am was bei Morden dank wantst du das sagen bei Morden ja das wollte ich sagen aber das ging irgendwie nicht Ich werde dich finden, wenn ich in Brust oder du nicht sagst du. Hallo. Hallo. Ich hab's reinkommen. Ich bin Heide Zinke. Wer ist da? Josie. Ja? Ich bin Heide. Achso, äh, ich nehm auf Josina, nur dass du Bescheid weißt. Und wir spielen mit Quickchat nur, also weil eine Person hier nur auf Quickchat spielen kann. Und Heide Zinke. Auf Quickchat? Achso. Also ohne Reden oder was? Nein, doch ohne Reden. Auf den Einstellungen mit, also, ja. Ah, okay. Damit du überhaupt reinkommst, oder sonst, wenn dann zum Beispiel jetzt nur Freechat und Quickchat ist, dann kommst du nicht rein. Ah, okay. Ich hab vergessen, den Thermer zu stoppen, Upsi. Okay. Wollt ihr noch eine Runde, oder? Ne, wir sind jetzt. Wir sind vor Ort. Ah, wir spielen einen Heidens Seek. Ne. Was spielt ihr? Wer ist der Imposter? Ich. Ich bin ein Heidens Seek. Okay. Ich seh, irgendwie geht's bei mir grad nicht, ich hab nen schwarzen Bildschirm. Ja, du bist rausgeflogen bei mir. Oh. Scheiße, ich hab kein Verstecken. Was wär's zum Beispiel, wenn ich mich da verstecke? Ich hab auch nen Versteck. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Okay, dann los geht's. Heiko. Warum ist es nicht aus? Ist es extra so? Ja. Ja. Das ist nur bei dir so. Das bei einem Imposter so. Der Imposter hat so wenig Sicht. Hm. Achso. Und keine Sabotage. Und keine Sabotage. Das hab ich noch vergessen zu sagen. Ja, das hab ich mir gedacht. Nein, ich war jetzt auch noch für Josy. Unter anderem. Achso. Achso. Und du darfst nicht wenden. Also nicht die Wenz benutzen. Oh. Du darfst sie zwar benutzen, um eine schöne Aussicht zu halten. aber du darfst nicht, äh, von einem Ort zum anderen. Hat eigentlich jemand nen Timer gestellt, oder muss ich das machen? Ja, ich hab nen Timer gestellt. Ich sag dir schon Bescheid. Ey, du hast es. Die Hälfte der Zeit ist übrigens schon rum. Oh Gott. Ich muss noch zwei gehen, oder? Also. Einen. Wenn du schon jemanden gekillt hast. Ja. Ja. Ja, dann nur noch eine Person. Weil das ist ja gleich wie eine Crew als wie ein Poster übrig. Hi! Scheiß! Ja! Ja, ich schon wieder bis aus. Ey, nee. Warum willst du so scheiße? Geh nicht mal alle schön fast wegkommen. Oh, eine. Ja. Ja, gerne. Gerne, gerne. Ich bin ein Poster. So, jetzt ist Gen frei. Jetzt suche ich nen Planeten. Wo bist du Adept? Hallo? Jemand zu Hause? Nee. Aber das ist jetzt auch die erste Runde, wo ich einmal tot bin. Ah, habt ihr jemanden? Ja. Du bist ganz halt an mir vorbei gelaufen. Ja, ich hab dich nicht gesehen. Ja. Okay. Let's gouuu. Ja. Hi. Oh ja, wir sind jetzt nicht gestartet. Äh, wir spielen heute ein Sieg, ne? Äh, also, nur zu empfohlen. Für die nächste Runde schon mal. Ich will mal kurz erklären, aber dann warte ich kurz. Ich hab zu eilig gestartet. Ich bin der Imposter. Schon wieder. Oh, schon wieder ein. Boah. Oh. Damit hat sich die erste Regel für dich, glaub ich, erklärt, dass der Imposter zuerst sagt, wer, wer Imposter ist, oder? Ich kann sie dir ja mal erklären, wie lange die anderen sich verstecken. Also, die anderen verstecken sich. Ich hab dann vier Minuten Zeit, die zu suchen. Weil ich sie nicht finde. Machen die ihre Aufgaben und ich hab, und die haben gewonnen. Weil ich sie finde, hab logischerweise ich gewonnen. Ja. Ich darf nicht wenden, nicht sabotieren. Ich muss nach vier Minuten, wenn ich sie nicht gefunden habe, an der Position, wo ich dann gestehe, stehen bleiben und darf den Kehlklopf nicht mehr berühren. Okay, ich bin versteckt. Ich bin versteckt. Okay. Der Imposter hat die kleinste Sicht und die Fullmetal haben eine größere Sicht. Ich hab eben schon gesagt, für Imposter ist das gefühlt wie eine Nachtwanderung. Ich bin auch versteckt. Okay. Josy? Ja. Ich auch. Dann leg ich los. Kann mal einer die Regeln weiter erklären, bitte? Du hast doch schon alle aufgezählt, oder nicht? Ich darf die Wände nicht benutzen. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Wände schon gesagt hab. Ja. Was ist danach, wenn man halt diese vier Minuten abgelaufen hat? Hä? Keine Tast machen, hallo? Erst als Geist. Also dann, ähm, nach den vier Minuten musst du stehen bleiben, du darfst sie mal mehr töten und so. Und dann die Crewmates, ähm, die überlebt haben, dürfen ihre Tast machen und dann gewinnen sie automatisch. Nein! Du wolltest wieder gehen! Ich hab über deinen Namen gehört, ich hab dein Name, ich hab da, ich hab einfach deine Füße gesehen. Oh! Mann! Hallo! Hallo! Du darfst... Und jetzt darf ich... Warte? Jetzt... Jetzt darfst du deine Tast machen, weil du tot bist. Weil du tot bist. Ah! Aha, okay. Dann muss ich nach der Runde so ein Fun-Fact erzählen, wenn ich nicht sterbe. Wer tot ist, darf seine Aufgaben machen. Wir haben jemanden, einen. Ja, das ist er schon. Das haben wir schon gemerkt. Ich schau mal, wo ihr euch so versteckt habt. Kannst du mir das dann sagen? Vielleicht ist das nicht so dumm. Ah, nicht so. Hallo? Ah, ja! Hallo! Wie viele Minuten hast du noch Zeit? 2 Minuten 23. Oh, wird knapp, wird knapp, ne? Wer ist denn eigentlich noch versteckt? Ich? Und ich? Du und Leni. Leni, wir müssen... Warte, Leni. Nein! Nein! Ja, ich muss... Das ist doch richtig schwer. Wollen wir mal vielleicht doch nur 3 Minuten machen? Die Imposter sind... Ich bin gar nicht los in der Außen. Ich hab jetzt mal... Ah, wo bin ich denn? Scheiße! Ich hab mal auf 3 Minuten runtergestellt, weil ich fand... 4 Minuten zu... Hallo! 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 Oh my god! Was ist das? Achso, Jackie, die spielen wir euch... Wir spielen übrigens Highlight Seag, oder wollen wir dann gleich nochmal spielen? Ja, lass aber gleich schon mal spielen, weil wir sind jetzt gleich schon... ich weiß, zu 6 oder 3... zu 7... Ja, okay, dann spielen wir in der nächsten Runde normal. Ja. Aber wir können ja trotzdem mal ein Imposter bleiben, weil 7 Leute und 2 Imposter ist vielleicht ein bisschen... Ja. Naja, einer reicht dann, würde ich sagen. Ja. Achso, Jackie, die muss dann im Umstand auch quick chat only, ne? Weil hier ist jemand über das Handy angemeldet, ne? Aber ich kann es nicht sagen, ey. Wir reden ja sowieso. Ja, ich war... Naja, wir spielen gleich normal, deswegen wollte ich es hier nur sagen. Also, ich bin versteckt, übrigens. Ich auch. Schon gesagt. Ich noch nicht. Also, ich kann doch nichts immer noch spielen. Okay, ich bin auch versteckt. Alle versteckt, aber okay. Alle versteckt, Fragezeichen? Ja. Ja. Okay, los geht's. Kannst so suchen. Guck mal, ich mein, bisher hat jeder Imposter gewonnen, ne? Und hatte noch über der Minute Zeit, da reicht noch 3 Minuten locker bei der Map. Tja, so ich bin die ersten drei Minuten getötet. Und was, wenn der, ähm, da-da-da-da-da-da-da-dings, ja, das findet, was muss man weglaufen oder? Nö, du musst stehen bleiben. Du musst stehen bleiben. Ruf als Geist. Du darfst dich erst als Geist bewegen. ich bin wieder da ich bin ja schon tot ja ich mache schon ich kann sich versteckt bleiben oder ja ach nur so da habe ich mich auch schon versteckt an die persönlichkeit gestört habe ich hoffe dass bei mir diesmal europa geht ja bei mir in nordamerika muss da erst sein muss ablaufen noch eine minute dreißig ungefähr jetzt mich eigentlich gewonnen haben glaube ich hallo ich will stück ich kann ich kann ich kann sie nicht doch jetzt mein gott okay ich stelle mal um auf normal ja 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 denke du kannst reinkommen weiß bin oder oder immer noch einmal normal okay jetzt ganz normal wenn wir die die spielertempo auf 125 wieder machen ich weiß nicht ob ihr ob ich schon dabei war durch mein 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 secret satz gesagt und zwar wenn ich sterbe ist jackie okay da war das jetzt raus passen die einstellungen so oder soll ich noch was ändern was und so okay dann viel spaß tschüss danke tschüss ich bin ich stummel ich vertraue meine mute hast du nicht ja ich bin stumm gut oh nein wir haben jemanden verloren aber bin ich wieder rausgeflogen nein mal du war kurz weg wieder da da kommt zurück ich bin ich stumm gut um die das einfach ausklarwarten ich bin gerade rausgeflogen ich habe dezent angst dass ich jetzt gleich werden werde weil leid das stört man schon gerne mal und das ist jetzt auch der andere mit lichter worden bei mir nicht stört man ja noch mal so ich bin gar nicht bunt 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 ja auf jeden Fall finde ich es cool, dass ich immer wieder Amogas spiele, oder auch vor allem mit Infinity, Jackie und Co und Jackie und Co, ne? Das finde ich sehr schön, weil dann kommt doch endlich mal eine zweite Amogas-Folge auf meinem YouTube-Channel mit Julia und noch irgendwer. Ich habe jetzt gerade nicht gemerkt, wer das war. Ähm, ne. Ich gehe jetzt mal ablaute, dass ich mal fertig mache und dann gehe ich zum Reaktor. Mit Julia und Josey. Das spielt da. Das ist unter anderem, ne? Wir spielen jetzt nur mit denen. Amogas geht ja nicht zu zweit. Ich wollte sagen, wir rennen zum Reaktor, aber noch einmal halt nicht zum Reaktor. So, 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 so. Und so, da, 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 da. Ey, we're crazy, kid. Lalalalalala. Ist schon jemand tot? was ist denn das für ein inaktiver imposter hallo imposter würden sie mir würden sie vielleicht auch mal ein bisschen was tun hallo also nicht dass es jetzt heißt dass ich sterben möchte ich möchte aber nur der imposter ein bisschen was macht jackie ist tot die sky du bist von dieser richtung gekommen sie sagt genau du bist du bist ja ich war ja ich war mit dem war ja ich bin auswählen ich bin gekommen und dann gleich ich war abgehackt oder auch bei mir ich dachte mein internet ist kacke ich habe auf die lifelines geguckt so da war sie sind die leitler die leite eingangs mit schocken auf das marke mir entgegen gekommen und damit ich reingelaufen habe nach jackie geguckt und da war sie in die camps aber ich bin nicht reingegangen das kanalini sagt ich bin nicht an aber du musst ja die leite angemacht haben ich glaube ich bin zu sein nein leni war das den die ich hab die gerade eben angemacht ja und marke woher die kam dann wie in der ich kann so kam von unten ich klicke ich klicke also irgendjemand schwöre ich nicht das ist bei mir so abgehackt bei mir auch bei mir auch Mareike klingt das würde sie aus dem wasser sprechen ich war ja ich war ja auf jeden fall auch mit dir in lifelines und müsste ich mich ja auch gesehen haben ja und bin dann runter zum atmenpanel und war jetzt auch gerade ich stehe jetzt gerade quasi vor electrical weil ich mir dachte schon wenn es die kütte im punkt ist und die kameras außerdem liegt wahrscheinlich jemand in security also ich war auch auf dem water hin also wie das ist leni oder mareike ich war beim scan ich hab mal lina ich habe da gewartet ich habe gewartet und bin dann auf dem scan leni kann es ja gar nicht sein weil sie war auf dem scan der leni und da stand auch bei mir waiting vor und malin ja also jetzt ich war eigentlich überall schon also ich habe ganz auf eine task gemacht ich habe aber auch keinen gesehen wie unterwegs bei den lights oder so bei den lights ja ganz am anfang aber wo die zum ersten mal aus waren ich habe gesagt und damit haben wir gewonnen so ich habe david zu starten ja ich war nicht mal drin das ist das ding ich war nicht ein elektriker und ich kann wirklich leben und will wieder umgedreht ich war davor ja auch bei mir in den camps und ist ganz umgebracht ich habe so ganz konnte ja lena also ging es ein bisschen komisch wenn also aufeinander klebt also hast du kopfhörer das klingt teilweise so als hätten die kopfhörer nicht ganz eingestöpselt nimm die mal raus die kopfhörer er wartet kurz kopfhörer einmal durchpusten hilft immer jockey die jockey ist ja ich weiß es freut mich so dass jockey da ist aber irgendwie auch nicht weil sie mich immer umbringen kann ich die meine tats als ich hab ich bring dich doch schon lange nicht mehr um oh war es war mit simsa letzte runde wo ich dabei war hast du mich doch getötet oder nicht ja danach haben wir noch mal gespielt habe ich nicht getötet habe ich dich eingeweihten dass du mich da nicht wir waren doch bald im post als kann ich nicht mehr und stehlen malu was du kannst wieder reinkommen ich oh ich ja du immer noch der gleiche gut ja ja okay das ding ist das ding ist juli ich wäre eigentlich schon früher reingekommen nur ich bin wieder eingeschlafen weil ich lag noch im gatt ich hab gesehen dass bei discord und was deswegen bin ich ein aber habt ihr alle ferien ich hab keine ferien ich hatte mal ne meine sind schon vorbei ja meine auch ich hatte gerade gestern größte enttäuschung meines lebens und naja warum ich hab ne 4 plus in mathe bekommen ach das ist auch super ich stell mir das aber lustig vor ne mein physiklehrer musste heute in der ersten stunde den nähkurs vertreten ich glaub ich bin die oben bei uns dann herum ne mein physiklehrer beim nähkurs tut mir sehr lustig vor wie alt bist du denn 26 ach du scheiße aber ey ich bin mal ich bin mal nicht die älteste wie alt bist du denn ich werde 18 in drei Monaten ich bin 17 und werde im august 18 okay ich starte ich kann mich halt glaub ich doch nicht stumm schalten alles gut solange du nix sagst nix 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 ich freu mich an hallo dc nix 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 ja nix 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 danach nicht mehr nix 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank.